Layout in Writer – LibreOffice 7.2 Öffnen Sie Writer und die Datei mehrere-Rahmen-verkettet.odt. Der Schreibbereich der Seite enthält alle Rahmen. Ein Rahmen als Kopfteil. Sie können in diesem Rahmen ein Bild, Logo oder Schriftzug einfügen. Weitere Rahmen als Spalten und Überschriften. Markieren Sie den linken hellgelben Rahmen. Wählen Sie in der Symbolleiste Rahmen das Symbol für Ketten. Führen Sie den Cursor in den mittleren hellgelben Rahmen und klicken dort hinein. Bei noch markiertem linken hellgelben Rahmen sehen Sie nun eine diagonale blaue Verbindungslinie. Text kann nun von der linken in die mittlere Spalte fließen. Text kann nun aus der Nippe in der Nippe in den Nippe in der Nippe in der Nippe in der Nippe in der Nippe. Untertitelung des ZDF, 2020